Ketamin ist ein zugelassenes Medikament, es ist ein sicheres Medikament, von daher spricht überhaupt nichts dagegen, das einzusetzen. Bei Depressionen kann man von ausgehen, dass sicherlich über 80% einen positiven Effekt von Ketamin haben. Hey, hier ist wieder Jascha von Set & Setting und ich darf dich herzlich willkommen heißen zu dieser Episode dieses Podcasts. Und heute mit einem mega geilen Thema, auf das ich schon lange gewartet habe, endlich mal mit jemandem sprechen zu können, der hier involviert ist, nämlich in die Ketamin-Therapie. Ketamin ist ja wirklich jetzt nicht direkt ein Psychedelikum, kann aber doch sehr psychedelische Effekte haben. Und was es damit auf sich hat, werde ich dir ja gleich erzählen, aber vorher möchte ich dir noch ein paar Sachen zu Set & Setting sagen, zu diesem Projekt, dem du gerade zuhörst. Bei uns geht es ja um die Normalisierung psychedelischer Erfahrungen, also dass es nicht mehr so komisch angeschaut wird. Und uns geht es ja vor allem auch ums Aufklären, eben klarzumachen, dass es hier nicht um, weder bei Ketamin noch bei LSD und Co. um sehr gefährliche Erfahrungen geht, die wir auf keinen Fall machen sollten, weil wir sonst abstürzen und unser Leben kaputt ist. Und uns geht es aber auch ums Bilden, ums Wissen weitergeben. Es geht also darum, dass wir als Gesellschaft merken, als Kultur, wie wir solche Erfahrungen, solche Substanzen eventuell auch als tatsächliches Werkzeug einsetzen können. Zur Heilung, zur persönlichen, zur spirituellen Weiterentwicklung. Und dass es wirklich möglich ist, damit Gutes zu tun, in uns selbst. Und ja, wenn wir in uns selbst Gutes tun, dann tun wir auch auf mittelfristige und langfristige Sicht etwas Gutes nach außen. Und unser Projekt Set & Setting wächst. Es ist einfach nicht mehr zu leugnen, dass die psychedelische Renaissance im vollen Gang ist. Und wir sind inzwischen ein fünfköpfiges Team bei Set & Setting, das sich wirklich tatkräftig um Podcast, YouTube, Website, Social Media und so weiter kümmert. Und da bin ich wirklich sehr, sehr stolz drauf, dass wir hier an diesem Punkt jetzt stehen, an dem wir sagen können, ja, das ist jetzt nicht einfach nur so ein kleines Projekt hin, das ich mal in meiner Garage gemacht habe, auch wenn ich nie eine Garage hatte, sondern das wird mehr, das wird größer und es ist wirklich tiefgreifend befriedigend für mich, das zu sehen. Und wie du ja sicher weißt, dieser Podcast ist werbefrei. Also ich meine hier jetzt nicht irgendwie Werbung für Klingkist oder sowas. Scheiße, das habe ich da mit Werbung gemacht. Naja, egal. Und das soll auch so bleiben. Aber wie du dir vorstellen kannst, so ein Podcast kostet ganz schön viel Zeit, weil wie du merkst, unsere Podcasts sind wirklich glatt gebügelt und wir wollen dir die bestmögliche Erfahrung, das bestmögliche Hörerlebnis bieten. Und die Finanzierung ist hier noch nicht ganz klar. Und deshalb habe ich heute den Aufruf an dich oder die Bitte, wenn du uns unterstützen möchtest, wenn du diesen Podcast und das Projekt Set & Setting unterstützen möchtest, dann haben wir dir jetzt eine Möglichkeit geschaffen, bei der du wirklich direkt unterstützen kannst und damit auch involviert wirst. Und das mit Patreon. Patreon ist eine Website, eine Plattform, bei der es dir ermöglicht wird, dass du uns monatlich einen Betrag zukommen lassen kannst, der uns weiterhin Zeit in dieses Projekt fließen lassen kann. Dafür bekommst du auch etwas. Wenn du bei Patreon dabei bist, kriegst du exklusive Inhalte unseres Projektes und bist bei einer speziellen Community dabei. Und hier stellen wir Fragen, wie zum Beispiel für diesen Podcast, bei dem ich dort vorab gefragt habe, welche Fragen interessieren euch? Welche Fragen möchtest du zum Beispiel jetzt Dr. Mario Scheib stellen? Was interessiert dich bei der Getamin-Therapie? Solche und noch viele andere Inhalte posten wir bei Patreon. Und da bekommst du natürlich Zugriff drauf, wenn du uns da unterstützt. Der Link ist in der Beschreibung dieses Podcasts. Ich danke dir viel, vielmals für deinen Support. Egal, ob du uns jetzt unterstützt oder nicht. Auch wenn du jetzt mir einfach nur zuhörst. Du bist Teil dieser Bewegung, wenn du gerade meinen Worten lauscht. Und dafür möchte ich dir auf jeden Fall danken. So, und jetzt kommen wir mal auf diesen eigentlichen Podcast zu sprechen. Nämlich das Gespräch zwischen mir und Dr. Mario Scheib. Ja, das ist wirklich, boah. Also, das Gespräch hat mich so mega privat auch interessiert. Ich war wirklich mit Eifer und Freude dabei, dieses Gespräch aufzunehmen. Was ich jetzt mitgenommen habe, wirklich, was sind meine Learnings? Was habe ich gelernt durch dieses Gespräch? Ist erstmal interessanterweise, dass eben Getamin legal ist. Es ist nicht verboten. Es darf als Arzneimittel verwendet werden. Und es ist da auch mega effektiv, um zum Beispiel Depressionen heilen zu können. Und es wird einfach nicht beleuchtet. Viele Ärzte wollen es nicht verwenden. Aber warum das so ist, ja, das habe ich auch in diesem Podcast lernen dürfen. Was ich auch mega spannend fand, ist, dass Getamin eigentlich ganz ähnlich wirkt zu einem klassischen Psychedelikum. Also, ich wusste das auch schon vorher, dass bei besonders höheren Dosierungen dissoziierende Effekte eintreten. Also, dass sich unser Verstand, unser Ego beginnt aufzulösen und wir so eine klarere und neuere Sicht, eine neue Perspektive auf uns selbst bekommen. Und das ist natürlich eine mega geile Sache. Und der dritte Punkt, den ich mitgenommen habe, ist, dass die Getamin-Therapie wirklich immer größer wird. Also, wir können uns wirklich sicher sein, dass dieser Podcast hier nur der Anfang ist. Und das wahrscheinlich nicht das letzte Mal sein wird, dass du von einer Getamin-Therapie gehört hast. Zu Dr. Mario Scheib selbst. Er hat schon seit Jahren eine Getamin-Praxis auf Mallorca, in der er Menschen aus aller Welt empfängt. Unter anderem natürlich auch aus Deutschland. Und Corona hat ihn jetzt dazu gebracht, dass er expandieren möchte, weil niemand mehr nach Mallorca fliegen konnte. Und deswegen ist er jetzt auch in Berlin und München tätig und macht hier einen Ausbau. Die Geschichte, wie es dazu gekommen ist, wie funktioniert Getamin-Therapie eigentlich und wie effektiv ist sie gegen Depressionen und Co.? Das und noch viel mehr erfährst du bei dieser Episode des Set & Selling Podcast. Ich wünsche dir viel Spaß und präsentiere dir hier Dr. Mario Scheib. Wunderbar, Herr Scheib. Dann würde ich sagen, legen wir mal los. Erstmal vielen Dank, dass Sie sich auch die Zeit genommen haben für dieses Gespräch. Und ich würde jetzt sagen, wir fangen mal an mit Ihnen als Person mal ganz schnell. Sie bieten ja, ich weiß jetzt auch noch nicht wie lange, schon Psychotherapie an mit Getamin. Wie ist denn das alles gekommen? Das ist ja jetzt kein gängiger Weg für einen Arzt. Gut, also ich von meiner Herkunft her, ich bin Facharzt für psychosomatische Medizin, Psychotherapie, habe aber zu Beginn meiner beruflichen Tätigkeit sehr viel in der Notfallmedizin gearbeitet. Daher kenne ich Getamin. Wir haben das damals benutzt, um Schwerverletzte aus Autos rauszuholen. Von daher kenne ich die Substanz, habe damit Erfahrung gemacht. Ich weiß, es ist eine sehr sichere Substanz, leicht handhabbar. Dann habe ich ganz lange Zeit damit nichts mehr zu tun gehabt. Habe dann zufällig gehört, dass in Berlin an der Charité, an der Ketaminambulanz, Ketamin zur Behandlung von Depressionen erprobt wird. Daraufhin habe ich mich ein bisschen eingelesen und dachte, das passt doch. Bekanntes Medikament und dann hatte ich zufällig kurze Zeit drauf eine sehr schwer depressive Patientin. Und dann dachte ich mir, okay, probieren wir mal aus. Und die bekam dann Ketamin und seitdem habe ich sie nicht mehr gesehen, zumindest nicht als Patientin. Also die war begeistert, sagte, es geht mir gut, Suizidgedanken sind weg. Und da muss ich sagen, das war glücklicherweise auch so dieses erste Erlebnis damit. Etwas, was mich dann auch ein Stück mobilisiert hat. Weil es ist ja nicht der Regelfall, dass Ketamin wirklich nach einer einmaligen Infusion so einen dauerhaften Effekt hat. Das sind Ausnahmefälle. Aber es war glücklicherweise am Anfang und das hat mich dann natürlich motiviert, weiter in diese Richtung zu arbeiten. Und auf die Art und Weise entstand dann nach und nach dieses Konzept, dass wir Ketamin ziemlich regelmäßig bei Depressionen, bei Zwängen oder auch bei Ängsten in die Therapie mit einbeziehen. Sie haben also durch Ihre persönlichen Beobachtungen gesehen, wow, dieses Medikament ist ja scheinbar für Depressionen wirklich gut. Also Sie haben halt mitbekommen, hey, da gibt es Studien und so und haben es dann einfach mal ausprobiert. Und ist es denn so einfach möglich, sagen, hey, ich probiere jetzt Ketamin? Weil Ketamin ist ja jetzt auch, hier wird ja vom Betäubungsmittelgesetz verhandelt, oder? Nein, nein. In Deutschland nicht? Ketamin ist in Deutschland und auch in Spanien ein rezeptpflichtiges Medikament. Es ist in Großbritannien, es ist ein Betäubungsmittel. Aber ansonsten ist das relativ einfach zu bekommen, selbst wenn es ein Betäubungsmittel wäre. Dafür gibt es Betäubungsmittelrezepte, die habe ich als Arzt und dann, ich muss es nur immer begründen. Aber begründbar ist das, und es gibt ja in der Medizin den Begriff des Heilversuchs, also gerade bei Patienten, die ansonsten auf bisherige Behandlungen nicht angeschlagen haben, bei denen gibt es immer die Möglichkeit, auch ausgefallene Sachen auszuprobieren, sofern sie legal sind. Also es wäre jetzt ein Problem zu sagen, okay, ich probiere mal LSD bei dem aus. Aber Ketamin ist ein zugelassenes Medikament, es ist ein sicheres Medikament. Von daher spricht überhaupt nichts dagegen, das einzusetzen. Dann hätte ich jetzt eine Frage zu Ketamin selbst, dass wir da jetzt erstmal so ein bisschen groberes Bild davon kriegen. Es gibt ja Ketamin, Esketamin und so weiter. Was genau ist Ketamin und welches Ketamin ist es denn, das Sie verwenden? Also Ketamin ist ein Narkosemittel eigentlich. Es hat eine sehr kurze Halbwertszeit von wenigen Stunden. Es ist entwickelt worden für Kurznarkosen, hat eine gewisse Berühmtheit bekommen im Vietnamkrieg, wo man es, weil es eben so eine ganz große therapeutische Breite hat, ja. Also die LD50, also die Menge, die man braucht, damit 50 Prozent der Mäuse, denen man es gibt, sterben, liegt beim Faktor 300 der therapeutischen Dosis, ja. Und das heißt, man hat es damals Soldaten einfach mitgegeben, haben gesagt, hier, wenn irgendein Kamerad schwer verletzt ist, durch die Hose durch einfach irgendwo hinspritzen, egal was du triffst, es wirkt immer. Gut, das war sozusagen initial, dann man hat es in der Veterinärmedizin eingesetzt, aber auch für Kurznarkosen, bei Kindern zum Beispiel, wo es beide so ungiftig ist. Und was man damals beobachtet hat, was ich auch schon aus der Notfallmedizin kenne, ist, die Patienten neigen unter Ketamin zu albträumen. Aber, nun muss man sich auch mal vorstellen, ein Traum oder der Inhalt eines Traums hängt natürlich vom Setting ab, ja. Wenn ich jetzt einen schwer verletzten Patienten aus einem Auto rausschneide mit der Feuerwehr, dann ist das natürlich kein angenehmes Ambiente. Das heißt, wenn Patienten da beginnen zu träumen, haben die Albträume. Wenn die im OP sind, ja, und die sehen diese ganzen grün verkleideten Leute drumherum, das ist irgendwie kein schönes Ambiente, also Albträume. Andererseits, in der Drogenszene, wenn man das Ganze in einem schönen Ambiente macht, kann man auch schöne Träume generieren. Aber deshalb wurde Ketamin in der Medizin eigentlich dann immer zusammen mit einem schnell wirksamen Benzodiazepin benutzt, mit Metazolan üblicherweise, damit diese Träume wegbleiben. Dann kam irgendwann aber ein neues Medikament, nämlich das Esketamin. Also, es gibt sozusagen das R und das Esketamin und in dem Razzomat sind sie eigentlich beide drin, was wir benutzen. Und dieses Albträume hat eine geringere Traumaktivität zur Folge. Deshalb wird es in Deutschland heute eigentlich fast nur noch eingesetzt. Interessanterweise ist es in Spanien überhaupt nicht erhältlich. Also Esketamin ist halt jünger, ist deshalb auch patentierbar, was natürlich einen Einfluss hat, dass gerade Esketamin jetzt als Nasenspray auf den Markt kam, weil man kann das dann entsprechend teuer verkaufen. Es hat nach aktuellen Studien eine etwas niedrigere antidepressive Potenz als das Razzomat eigentlich. Und deshalb verwenden wir also das Original und das führt zu mehr Traumaktivität und es hat wahrscheinlich eine etwas höhere antidepressive Potenz. Ich erinnere mich da, als ich noch in der Drogenszene aktiv war damals, dass Esketamin, boah, das ist viel besser, das ist doppelt so stark. Ist das so? Nee. Also kann ich so nicht bestätigen. Es ist ja eigentlich entwickelt worden, damit die Traumaktivität reduziert wird. Aber wenn man natürlich daran glaubt, okay, das ist neuer, das ist stärker und dann träumt man vielleicht auch besser. Diese Träume, von denen Sie sprechen, bedeutet das während der Erfahrung? Also geht es darum, um die Erfahrung selbst? Also es gibt da ja verschiedene Möglichkeiten, wie man das anwenden kann. Man kann jetzt den Patienten während der Infusion einfach sich selbst überlassen und manche Patienten träumen sich wirklich an Strand oder ins Weltall oder wo auch immer hin und manche berichten davon auch währenddessen. Andere Patienten erleben das nicht. Man kann das dann, je nachdem, wie man die Therapie aufbaut, wenn man es dann zum Beispiel kombiniert mit Hypnose oder mit einer auch letztlich so einer geleiteten Traumreise, dann kann man das Ketamin ein bisschen höher dosieren, sodass halt eben diese Effekte auch regelhaft auftauchen und kann das dann auch therapeutisch nutzen. Also auch Patienten, die dabei nicht träumen, auch bei denen hat es einen antidepressiven Effekt. Ja, sehr spannend. Da würde ich auch im Laufe des Gesprächs noch ein bisschen tiefer reingehen. Ich würde jetzt gerne zu Beginn, nachdem wir jetzt so ein bisschen mehr über Ketamin wissen, noch ein bisschen auf das eingehen, was es denn behandeln soll. Depression, Angststörung, das ist ja das, was Sie auch vor allem behandeln und auch noch eine ganze andere Range an möglichen Krankheiten. Vielleicht können Sie da mal drauf eingehen, was haben denn diese ganzen Krankheiten gemein und was kategorisiert sie oder was ist eine Depression und Angststörung? Was ist das? Und alle diese Erkrankungen haben gemein, dass sie im Gehirn stattfinden. Und egal von wo aus man das jetzt sehen will, also ob man das verhaltenstherapeutisch oder psychoanalytisch sieht oder biochemisch oder hirnelektrisch, es ist alles das gleiche Phänomen, was man allerdings von unterschiedlichen Seiten sehen kann. Und Psychotherapie, also um es mal vereinfacht zu sagen, mit Psychotherapie arbeitet man an der Software und mit Pharmakotherapie arbeitet man an der Hardware. Und das kann man natürlich sehr gut miteinander verbinden. Und nun hat Ketamin insofern eine besondere Eigenschaft, dadurch, dass es die Neuroplastizität verbessert. Das heißt also, die Neurone verbinden sich wieder mehr miteinander. Es entstehen gerade dort, wo Informationslücken waren, kommen wieder in eine verstärkte Konnektivität. Es wachsen wahrscheinlich sogar neue Neurone. Und das kann man natürlich wunderbar damit kombinieren, wenn man gleichzeitig an der Software arbeitet, also psychotherapeutisch. Deshalb, all diese Erkrankungen haben diese Basis, an der man ansetzen kann. Das ist natürlich in allererster Linie die Depression. Bei Depressionen kann man von ausgehen, dass sicherlich über 80% einen positiven Effekt von Ketamin haben. Bei den Angststörungen ist es nicht ganz so viel. Es kann bei Angststörungen natürlich auch passieren, dass die einen Panikanfall bei einer Infusion bekommen, was man halt eben aber auch therapeutisch auffangen kann. Der Patient muss das wissen. Also wir arbeiten grundsätzlich nicht, zumindest nicht in diesem Standardverfahren, mit Infusomaten, wo also fest eingestellt wird, sondern der Patient hat, wenn er es möchte, selbst die Möglichkeit, am Rädchen zu drehen und die Infusion abzuschalten oder sie langsamer zu machen. Und das gibt natürlich das Gefühl, aha, ich behalte die Kontrolle. Ansonsten kann man natürlich dann auch bei einem Panikanfall mal Mithazolam dazugeben. Das ist auch kein Problem. Dann, wo es recht gut wirkt, was ja ansonsten ganz schwer behandelbar ist, sind Zwänge. Also Menschen, die wirklich Zählzwänge haben oder auch irgendwelche Handlungszwänge. Also ich erinnere mich an eine Patientin, die musste 50 Mal am Tag ihre Mutter anrufen. Und das beeinträchtigt natürlich das Leben. Und bei der, was nach einer Ketamininfusion hat sie nur noch 20 Mal angerufen. Also es war immer noch nicht weg. 20 Mal ist immer noch ziemlich viel. Aber das war dann der Punkt, wo man dann mit der Psychotherapie eingreifen kann. Und eine andere ganz wichtige Anwendung, posttraumatische Belastungsstörung, die teilweise ja auch, also man kann die mit EMDR gut behandeln, psychotherapeutisch, aber es gibt immer noch viele Patienten, bei denen die reine psychotherapeutische Behandlung nicht genug ist. Und da bietet Ketamin auch eine hervorragende Ansatzmöglichkeit. Aber immer halt im Kontext mit Psychotherapie und bei chronischen Schmerzen ähnlich. Auch bei chronischen Schmerzen geht es natürlich darum, also das wirkt natürlich auch energetisch, aber wie kann man die Schmerzverarbeitung generell verändern? Und Suchterkrankungen. Das ist ja etwas, wo man früher sogar sagte, dass es eine Kontraindikation, also um Himmels Willen, keinem alkoholabhängigen Patienten Ketamin gibt. Im Gegenteil, man kann Patienten über Ketamin dazu bringen, dass sie anders mit anderen Substanzen umgehen. Ja, super spannend, was Sie da jetzt alles erzählt haben. Vor allem auch die unterschiedlichen Krankheitsbilder, die triggern bei mir natürlich direkt, was Depression, PTSD, Zwangsneurosen, Sucht. Das sind nämlich genau die Krankheitsbilder, die auch mit der psychedelischen Therapie angegangen werden. Und da können wir jetzt direkt mal auch drauf zu sprechen kommen. Ist denn Ketamin dann auch eine psychedelische Therapie? Wo sind da die Parallelen? Also das ist eine Frage der Dosis. Also wenn man es jetzt mal, ich glaube, es sind wirklich so zwei Punkte, die ineinander übergehen können. Auf der einen Seite, wenn wir jetzt mal so das Verfahren, was standardmäßig eingesetzt wird, 0,5 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht, das ist so das, was in den meisten Studien der Standard ist. Das führt zu einer meist deutlichen antidepressiven Wirkung, die unterschiedlich lange anhält. Das wird dann auch gegebenenfalls wiederholt. Und jetzt machen wir zusätzlich intensive Psychotherapie. Wir machen zusätzlich repetitive, transkranielle Magnetstimulation. und wir machen gegebenenfalls zusätzlich Hypnose. Da muss der Patient nicht halluzinieren. Er braucht nicht zu träumen, sondern das ist einfach, okay, wir haben eine verbesserte Neuroplastizität und dann wirken die anderen Verfahren schneller und besser. Das ist sozusagen das eine Ende des Kontinuums. Jetzt, wenn wir uns mehr in die andere Richtung entwickeln, wenn wir die Dosis jetzt erhöhen, dann tauchen natürlich auch häufiger Traumbilder auf, mit denen man wiederum arbeiten kann. Entweder nach der Infusion oder schon während der Infusion. Und das ist etwas, wo man dann sagen kann, okay, wenn wir jetzt das Ganze kombinieren mit Hypnose zum Beispiel, dann haben wir eine wunderbare Möglichkeit, während dieser Erkenntnisse, die dann auch teilweise den Patienten kommen, mit denen noch zu arbeiten und die zu integrieren. Und dann halt eben die Erkenntnisse, die während der Ketamin-Sitzung kommen, die sind ja am nächsten Tag nicht alle noch gegenwärtig, das dann nochmal zu integrieren in einer zusätzlichen Psychotherapie-Sitzung. Das heißt also, man würde dann erstmal ein Vorgespräch machen, dann macht man eine Hypnose mit Ketamin und dann macht man hinterher noch die Integration dessen, was halt eben dabei aufgetaucht ist. Und da sind wir eigentlich schon im Bereich einer psychedelischen Psychotherapie. Zumindest berühren wir diesen Bereich damit. Ja, definitiv. Da gibt es ja auch die zwei Ansätze mit Psychedelika, den psycholytischen, mit einer eher geringen Dosierung, bei der man auch mit dem Patienten redet, und die psychedelische Therapie, bei der man die Dosis recht hoch ansetzt, dass eben ja viele Traumbilder aufkommen. Das ist ja dann schon so ein bisschen eigentlich, ja, so legales Psychedelikum so ein bisschen, oder? So könnte man es nennen. Ja, es ist eine Frage der Dosis, ja, und es ist eine Frage, was will der Patient, was finde ich auch als Behandler für sinnvoll für diesen Patienten. Von daher gehen, dieser Effekt kann durchaus sehr hilfreich sein, aber nicht für jeden. Warum machen das nicht mehr? Warum machen das nur Sie? Und ich weiß nicht, wie viele das machen, aber nicht viele. Ja, also ich habe da eine eigene Theorie zu, die jetzt bitte nicht evidenzbasiert ist, aber das sind so, auf der einen Seite, Psychiater haben Angst vor Narkosemitteln. Ja, weil Narkose, das ist den Psychiater entfernt. Psychiater müssen auch nur selten irgendwie eine Vene punktieren, und wenn dann tatsächlich mal irgendein Zwischenfall ist, dann fühlen die sich damit überfordert. Deshalb haben Psychiater Angst davor. Außerdem kennen sie das natürlich aus der Drogenszene, und ich erinnere mich an eine Kollegin, Chefärztin einer psychiatrischen Klinik, als ich der das erzählte, gesagt habe, um Himmels Willen wollen sie den Teufel mit Belzebub austreiben. Ja, also das sind einfach auch ganz viele Vorurteile, und in Spanien, als ich begonnen habe damit, die Psychiater haben mich überhaupt nicht ernst genommen. Ja, und inzwischen kommen die Ersten und sagen, wow, du warst da doch dein Zeit ein bisschen voraus. Auf der anderen Seite, in Deutschland ist das überwiegend ein Markt für die Anästhesisten. Also wenn Sie sich mal anschauen, wer in Deutschland sowas anbietet, die meisten sind Anästhesisten. Die Anästhesisten können aber keine Psychotherapie. Also mit gewissen Ausnahmen. Also ein Kollege, der das in Deutschland anbietet, der hat bei mir die Psychotherapie-Ausbildung gemacht. Aber es sind so zwei Welten. Die kommen nur ganz schwer zusammen, weil auch in der psychiatrischen Ausbildung in Deutschland das meiste läuft wirklich auf eine Pharmakotherapie heraus. Und inzwischen müssen Psychiater auch Psychotherapie lernen. Aber bei vielen ist es wirklich nicht so der Schwerpunkt. Und diese beiden Welten zu verbinden, ja, das scheint irgendwie schwer zu fallen. Und wenn man jetzt noch ein Stück weiter geht, und das, was wir hier machen, wir machen da zusätzlich noch Neurofeedback oder Magnetstimulation dazu. Auch anerkannte therapeutische Verfahren. Also Magnetstimulation ist FDA-approved, und steht in S3-Leitlinien in Deutschland für die Behandlung von Depressionen. Aber es macht kaum eine. Und jetzt kann man natürlich spekulieren, woran liegt das? Ich habe natürlich da auch Fantasien dazu. Wenn man sich mal überlegt, für wie viel Geld ein Depressiver jeden Monat Antidepressiva schlucken muss. Und wie viel Geld man damit weltweit verdient. Und das ist ja ein Milliardenmarkt. Wenn Sie stattdessen mal überlegen, was würde kosten eine Behandlung mit Ketamin und Psychotherapie und Magnetstimulation, das ist natürlich am Anfang teurer. Das Ketamin ist sehr billig. Also die Pharmaindustrie verdient nicht viel. Aber gut, man braucht einen qualifizierten Therapeuten. Die RTMS-Geräte sind auch nicht so ganz billig. Aber wenn Sie das Ganze dann mal ausrechnen, Sie haben nach relativ kurzer Zeit die Behandlungskosten eingespielt. Aber da besteht wenig Interesse, weil halt eben, also die Psychiatrie wird im Wesentlichen von der Pharmakotherapie beherrscht. Ja, da haben Sie viele wichtige Dinge gesagt, glaube ich. Ich glaube, ein wichtiger Punkt gerade ist, es ist halt nicht getan mit Ketamin alleine. Einfach nur Ketaminin. Und dann war es das. Und deswegen, ich glaube, viele, die jetzt vielleicht auch zuhören, denken sich dann vielleicht, ah ja, dann hole ich mir jetzt Ketamin und ziehe etwas Ketamin nasal und dann behandle ich meine Depression. Damit wir dieses Bild jetzt nicht schaffen, würde ich gerne jetzt mal auf diesen Prozess an sich eingehen. Das heißt, wenn jetzt jemand zu Ihnen kommt und sagt, ich habe eine Depression, ich möchte behandelt werden. So, wie gehen Sie vor? Nehmen Sie da jeden? Schauen Sie die Person erstmal genau an? Und wie ist der Prozess? Wir machen normalerweise zunächst ein Vorgespräch. Das machen wir gegebenenfalls auch über Zoom. Dann machen wir eine psychologische Testung und schauen, dass wir da so eine Diagnose kommen. Dann schauen wir, passt das? Und wenn ja, in welchem Setting passt das? Wir machen gegebenenfalls auch zusätzliche Messungen. Also gerade auf Mallorca an der Klinik machen wir quantitative EEGs vorher, wo wir so eine Art Brain Mapping machen, wo wir sehen, welcher Teil des Gehirns arbeitet denn wie. Und dann wird ein Therapiekonzept aufgestellt. Und dann bekommt der Patient halt eben seine Infusion. Er hat auf jeden Fall immer einen Therapeuten, der für ihn zuständig ist, der dann auch das auffängt, was möglicherweise bei der Depression entsteht. Es gibt Patienten, die liegen da und hinterher haben sie den Eindruck, naja, das war jetzt irgendwie so, als hätte ich irgendwie ein Bier zu viel getrunken. Aber ansonsten merken die nichts. Der Effekt kommt ja auch nicht unbedingt direkt danach, sondern den haben sie am nächsten Tag. Es kann aber auch sein, dass Patienten irgendwelche Horrorerlebnisse haben und die müssen da natürlich eingefangen werden während der Infusion. Deshalb von einfach mal so mir ein bisschen Ketamin besorgen und es mir in die Nase blasen, das halte ich nicht sehr viel von. Mag sein, dass es beim einen oder anderen sogar was bringt, aber es gibt auch viele bei denen dritten gegenteilige Effekte ein. Sie müssen sich mal vorstellen, die Resorptionsquote bei der nasalen Anwendung ist individuell ganz unterschiedlich. Ja, also man kann sagen, vielleicht so etwa 30 Prozent, aber manchmal sind es auch 50 Prozent, manchmal sind es auch weniger. Das heißt, man muss mit einer relativ hohen Dosis reingehen, da aber Ketamin so schnell abgebaut wird und damit sie überhaupt einen antidepressiven Effekt haben, müssen sie ja mindestens eine halbe Stunde oder 40 Minuten einen Mindestspiegel haben im Blut. Das heißt, sie müssen mit einer ziemlich hohen Dosis erst mal reingehen, dann entsteht der Peak, der relativ schnell abfällt und sie müssen, damit es antidepressiv wird, müssen sie mit einer so hohen Dosis reingehen, damit dann über die nächsten 40 Minuten tatsächlich auch eine genügend Blutkonzentration da ist. Und das lässt sich so im Amateurbereich relativ schwer realisieren oder wenn, dann nur mit einem entsprechenden Risiko, dass es halt eben auch wirklich Horrortrips geben kann oder dass es halt eben auch dann tatsächlich irgendwie, also es kann eine vermehrte Speichelsekretion geben. Ich würde von abraten. Die Erfahrung an sich, diese Ketamin-Erfahrung, die Ihre Patienten da haben, was erzählen die denn so? Wie fühlt sich das Ketamin an? Weil es ist ja auch ein Betäubungsmittel, es soll ja auch irgendwie betäuben, aber es macht ja auch irgendwie das Gegenteil. Deswegen, wie fühlt sich das eigentlich an? Also es gibt da ganz unterschiedliche Reaktionen bei. Viele Patienten beschreiben zum Beispiel, dass sie eine veränderte Körperwahrnehmung haben, das Gefühl auf einmal zu schweben oder mit ihrer Hand durch ihren Bauch durchzufassen oder sowas. Sie beschreiben teilweise, aber eher selten auch Veränderungen des Farbsehens, Veränderungen der Formwahrnehmung, manchmal dann allerdings auch eine leichte Übelkeit, die in seltenen Fällen auch am nächsten Tag noch sein kann. Deshalb zum Beispiel ganz wichtig, wenn jemand Ketamin genommen hat, der darf am gleichen Tag auf gar keinen Fall mehr selbst Auto fahren und ich würde den auch nicht alleine irgendwie in die U-Bahn lassen, weil es kann sein, dass der da aus Versehen auf die Gleise läuft. Ist zwar selten, dass sowas vorkommt, aber man muss damit rechnen, dass sich halt eben auch nach der Infusion die Wahrnehmung noch ein bisschen verändert hat. Deshalb sollten also Patienten, die zu uns kommen, wenn die jetzt nicht stationär sind, dann empfehlen wir immer, lassen sie sich bringen, lassen sie sich abholen. Es gibt Patienten, die während der Infusion auch tatsächlich so eine Art Erleuchtungserlebnis haben. Ist auch nicht der Regelfall, aber kommt manchmal vor. Und insbesondere eine Hypernäsie. Das heißt also, Patienten erinnern sich auf einmal an Sachen, wo sie ganz lange nicht dran gedacht haben. Und das sind manchmal wirklich dann Sachen, die für die Psychotherapie entscheidend sind. Eine Patientin erinnerte sich plötzlich an Szenen aus ihrer Kindheit, wo es um sexuelle Übergriffe auch ging, die sie total verdrängt hatte. Und wo sie auf einmal sagte, jetzt macht das alles einen Sinn, jetzt verstehe ich das auf einmal. Oder ich erinnere mich an einen älteren Herrn, der auch schwer depressiv war. Und der war früher Pilot gewesen, also Hobbypilot. Und der hat abends, wenn er Schlafstörungen hatte, sich innerlich seine Checkliste vorgesagt, so als Ritual, um damit ein bisschen ruhiger zu werden. Und irgendwann, sagt er, bekam er die Checkliste nicht mehr zusammen. Ja, weil er hat es einfach vergessen. Und nach der Ketamininfusion sagt er, wissen Sie was? Ich habe gerade meine Checkliste von Anfang bis Ende durchgegangen. Es geht wieder. Mir fällt es wieder ein. Ja, aber das sind wirklich sehr inhomogene Effekte. Es gibt auch, wir haben bei einem Patienten, haben wir zum Beispiel mal zu Forschungszwecken ein EEG mitlaufen lassen, haben während des Ketamins ein Brain Mapping gemacht. Und dann haben wir plötzlich eine vermehrte Gamma-Aktivität bemerkt im hinteren Bereich des Gehirns. Und das ist etwas, das findet man bei intensiver Meditation. Also da gibt es schon ganz spannende Erkenntnisse. Und da ist sehr vieles noch nicht untersucht. Das hört sich auch an wie bei Psychedelika, bei der alles möglich ist von Effekten. Du kannst wirklich alles haben. Es ist letztendlich ein Verstärker des Unterbewussten auch manchmal. Und ich denke, es ist bei Ketamin auch so ähnlich. Ist es dann eigentlich das, was in der Drogenszene als K-Hole bezeichnet wird, was die Patienten erfahren? Also wirklich diese komplette Bewegungsunfähigkeit? Die Patienten sind während dieser Zeit alle noch in der Lage, sich zu bewegen. Das tun die auch. Und diese komplette Bewegungslosigkeit, das kommt durch eine Überdosierung. Da sind wir im Bereich der Narkose. Und dann wird es aber auch schwierig. Also ich würde niemals mir selbst eine Narkose machen, ohne dass ein darin erfahrener Arzt neben mir steht. Ja, da will ich mal eine Erfahrung von mir teilen. Ich darf da ja sprechen. Ich habe auch mal eine Ketamin-Erfahrung gemacht. Und das war eine mittelhohe Dosierung. Nasaler Konsum wahrscheinlich 70 Milligramm oder so. Und da habe ich auch ganz stark gemerkt, wie das jetzt plötzlich psychedelisch wird. Und was mir besonders in Erinnerung geblieben ist, ist, dass erst so eine Angst hochkam. Und dann auf einmal war so dieser Gedanke, hä, Angst, das ist doch so sinnlos. Das braucht man doch gar nicht. Ist das die Effekte, die wahrscheinlich die Patienten auch oft haben? Das gibt es dabei, ja. Oder auch so den Effekt, dass jemand, hat mir gerade gestern jemand berichtet, also Angst vor dem Tod? Warum eigentlich? Ja, das ist schön. Sind Sie da dann eigentlich dabei? Ja, also ich bin nicht bei allen dabei. Ich habe ja ein großes Team inzwischen. Aber es ist immer, bei jeder Infusion ist ein Arzt oder Psychotherapeut mit dabei, der wirklich direkt neben den Patienten sitzt, der, wenn es erforderlich ist, dem die Hand hält, dass der Patient merkt, okay, da ist jemand da und der immer in der Lage ist, das Ganze auf- oder zuzudrehen, der auch aufpasst, dass zum Beispiel keine Atemaussetzer kommen. Weil das ist auch ein Risiko dabei. Denn Ketamin wirkt sich an sich jetzt kaum auf die Atmung aus. Aber, ich habe da schon ganz spannende Erfahrungen gemacht, weil es entspannt natürlich maximal. Und das ist genau das, was natürlich auch im Schlaf passiert. Und Patienten, die zum Beispiel nächtliche Atmungsaussätze haben, das kann man teilweise unter der Ketamin-Therapie sehen. Ich erinnere mich an eine Patientin, die kam wegen einer nicht behandelbaren, schweren Depression zu uns. Wir haben die erste Ketamin-Infusion gemacht und die Patientin hörte zwischendurch auf zu atmen. Und daraufhin haben wir, wir sind auf sowas vorbereitet, das ist kein Problem. Die hat auch wieder angefangen zu atmen. Aber wir haben dann mal Schlaflabor gemacht bei ihr und dann kam raus, die ist eigentlich gar nicht depressiv, sondern die hat nur jede Nacht eine so schlimme Unterversorgung mit Sauerstoff ihres Gehirns, weil die Atmungsaussätze hat, dass das eine Depression imitiert. Und deshalb, das ist auch ein Teil bei unserem Screening, also wir schauen, besteht möglicherweise auch einfach eine Apnoe nachts, dass die Patienten da Atemprobleme haben. Wir schließen die Patienten üblicherweise an Pulsoxymeter an und dann kann man halt eben auch sehen, ob die Sauerstoffsättigung abfällt und wenn ja, warum. Die Teilnehmer oder die Patienten besser gesagt, hören die dann Musik oder kriegen die was zum Tun oder liegen sie einfach nur rum? Ganz nach Wahl. Ja, also manche möchten gerne reden, andere möchten einfach ihre Ruhe haben und andere möchten gerne Musik hören. Da haben die Patienten die freie Wahl. Manche bringen ihre Kopfhörer mit. Wir haben auch da üblicherweise Equipment stehen, mit denen die Musik hören können und dann dürfen die ihre Lieblingsmusik hören. Manche hören gerne irgendwelche Entspannungsmusik, andere hören gerne Klassik. Das ist also jedem selbst überlassen und viele probieren es auch aus. Ich probiere es mal mit Musik und ich probiere es mal mit Ruhe. Wobei Ruhe ist auch eine wichtige Sache, weil wenn drumherum viel Lärm ist, der Lärm wird natürlich sehr viel intensiver wahrgenommen als ohne Ketamin. Diese Erfahrung in diesen Räumen, ist das dann wie bei einer psychedelischen Therapie einfach ein schöner Raum oder ist der schon so ein bisschen klinisch oder wie kann ich mir den Raum vorstellen? Wir bemühen uns, unsere Räume so schön wie möglich zu machen. Das heißt also, das sieht jetzt nicht wirklich nach Krankenhaus aus. Wir haben da jetzt auch keine piependen Monitore oder sowas, aber es ist eine schöne Behandlungsliege da, unterschiedlich schön, je nachdem, wo wir die haben. In der einen Praxis oder in zwei Praxen habe ich ja solche Bauhausliegen, die schön designt sind auch, und wo man auch bequem drauf liegt. In der Klinik haben wir, das sind Krankenhausliegen, aber die sind auch ganz schön und halt eben mit einer Decke drauf und wir haben teilweise dann, gibt es noch ein bisschen Duft dazu, da haben wir so einen Duftgenerator, aber es steht halt eben auch ein Notfallkoffer an der Ecke. Also es ist schon Arztpraxis oder Krankenhaus, aber die Räume sehen eigentlich nicht danach aus. Also die sehen aus wie ein normales Wohnzimmer. Vielleicht mit ein bisschen Stickschlag dazu. Ja, ja. Und wie ist denn jetzt so der Prozess? Also wenn ich jetzt zu Ihnen in die Praxis komme, ich kriege jetzt heute eine Infusion, dann laufe ich rein und wie ist dann mein Prozess? Gut, also wenn wir jetzt vorher schon eine Diagnose gestellt haben, das heißt also, Sie haben Tests gemacht, Sie sind untersucht worden, zumindest auch per Video, und dann wird zunächst mal bei Ihnen der Bluthoch gemessen. Es werden noch ein paar wichtige Fragen gestellt, nämlich ob Sie einen erhöhten Augeninnendruck haben, ob Sie schon mal Probleme mit dem Herzen gehabt haben, ob Sie am Gehirn operiert worden sind, und wenn das alles nicht so ist, dann werden Sie nochmal kurz aufgeklärt, dass Sie danach nicht mehr Auto fahren dürfen. Sie werden gefragt, haben Sie jemanden, der Sie abholt, und Sie werden aufgeklärt, dass es eine Off-Label-Behandlung ist, das heißt also die Behandlung mit einem zugelassenen Medikament, wo aber nicht draufsteht, die Behandlung für Depressionen oder Angststörungen, und das aber ein sicheres Medikament ist. Damit müssen Sie einverstanden sein. Und dann werden Sie auch informiert darüber, was während der Infusion passieren kann, dass es Ihnen auch mal schlecht werden kann, dass Sie auch insbesondere anfangen können zu träumen, dass Sie merkwürdige Wahrnehmungen auf einmal haben können, und Sie werden auch hingewiesen, immer dann, wenn Sie den Eindruck haben, es ist Ihnen unangenehm, es sitzt immer jemand neben Ihnen, und dann sagen Sie das, und dann drehen wir sofort langsamer, oder wir drehen es ganz ab. Das heißt also, das ist so die Information im Vorfeld, dann wird eine Vene punktiert, bekommen Sie so eine Verweihkanüle rein, und die Infusion wird angeschlossen. Also man mischt dann Ketamin in Abhängigkeit von Ihrem Gewicht mit Kochsalzlösung, und dann wird die Infusion so eingestellt, dass die über etwa 40 Minuten läuft. Und da sitzt jemand neben Ihnen, die Tür wird dann zugemacht, sodass man da zu zweit seine Ruhe in dem Raum hat, und dann, wenn Sie wollen, hören Sie Musik, oder Sie unterhalten sich mit einem Therapeuten, oder Sie machen gar nichts. Nach 40 Minuten wird das Ganze abgeschaltet, dann wird die Kanüle wieder rausgezogen, Pflaster drauf gemacht, Sie müssen dann noch mal mindestens eine Viertelstunde liegen bleiben, weil wenn Sie dann aufstehen und laufen wollen, dann laufen Sie so, als hätten Sie irgendwie drei bis vier Promille im Blut. Und so nach einer Viertelstunde kann man meist schon wieder geradeaus laufen, zwar noch mit leichten Schwankungen, aber es geht, um dann zum Beispiel nochmal auf Toilette zu gehen, weil Sie kriegen natürlich da auch einen Viertelliter oder einen halben Liter Flüssigkeit rein, die ja irgendwo wieder raus müssen. Und dann müssen Sie noch mindestens mal eine halbe Stunde warten, bis es Ihnen wieder richtig gut geht. Und wenn Sie dann in Begleitung sind, dann dürfen Sie, wenn die Parameter alle stimmen und Sie sich fit fühlen, dann dürfen Sie wieder gehen. Ansonsten müssen Sie halt auch zwei Stunden warten, bis Sie dann auch sicher wieder rausgehen dürfen. Ja, und dann am nächsten Tag, ich erwarte dann immer ein Feedback am nächsten Tag. Wie geht es Ihnen? Was hat das Ganze jetzt bei Ihnen gebracht? Wie fühlen Sie sich? Und danach wird dann, je nachdem auch, ob das im ambulanten oder stationären Rahmen sich abspielt, vereinbart, ob und wann eine weitere Ketamininfusion gemacht wird. Parallel dazu haben Sie dann halt eben Ihre Psychotherapiestunden beziehungsweise noch Magnetstimulationseinheiten. Okay. Also die erste Frage, die ich jetzt hier noch habe, ist, diese 40 Minuten, hat sich das also am besten rausgestellt? Warum machen wir nicht zwei Stunden? Ja, 40 Minuten, darüber gibt es tatsächlich so die besten Erfahrungen. Also es ist sehr viel kürzer, reicht wahrscheinlich die Zeit nicht aus, damit wirklich da im Gehirn ausreichend viel passiert. Etwas länger scheint kein zusätzlichen Benefit. zu bringen. Aber es gibt auch, also das ist nicht in Stein gemeißelt, also da gibt es auch immer noch wieder neue Ideen dazu. Was wir schon gemacht haben, bei wirklich therapieresistenten Fällen, sind auch Dauerinfusionen über drei oder vier Tage. Das ist dann halt, aber das wird nur klinisch gemacht. Also dann müssen die Leute wirklich im Krankenhaus sein, die werden dann auch überwacht und die bekommen dann über drei oder vier Tage über eine Infusionspumpe permanent Ketamin infundiert, sind dann auch die ganze Zeit leicht betrunken. Und das kann in wirklich speziellen Fällen einen zusätzlichen Benefit bringen. Was für Fälle? Naja, bei denen nichts anderes funktioniert. Aber es ist wirklich, das ist eine absolute Ausnahme. Das machen wir vielleicht einmal im Jahr oder alle zwei Jahre einmal. Mich interessiert da voll die Kunden an sich, so einzelne Kundenerlebnisse. Was sagen denn die Leute dann noch so, üblicherweise am nächsten Tag? Sagen die dann, meine Depression ist weg? Um dann jetzt vielleicht das auch nochmal weiter zu öffnen, dieses Spektrum. Für mich ist eine Depression, auch wenn ich jetzt keine eigenen Erfahrungen habe direkt, aber ich glaube, dass eine Depression eben immer aus der Vergangenheit auch kommt. Klar, genetisch hängt da auch viel mit damit zusammen, aber es sind eben Dinge passiert und unser Geist, unser Verstand macht uns jetzt dafür fertig und will uns schützen. Das heißt, egal was wir doch machen, egal was wir kürzzeitig spüren, ob es uns besser geht, kommt es nicht sowieso irgendwann wieder zurück? Ja, das ist ja das Problem dabei. Also wir haben jetzt viele Patienten berichten am nächsten Tag, es geht mir besser, ich komme aus dem Bett raus wieder. Ja, das ist ja was viele Depressive haben, Schwierigkeit, morgens überhaupt in die Gänge zu kommen. Ja, und da sagen sie, super, ich bin heute Morgen aufgestanden, ich erinnere mich an einen Patienten, der erzählte mir dann am nächsten Morgen einen Angstpatient, der stand am nächsten Morgen auf und sagte, ich habe jetzt Lust, ins Café zu gehen und ein Cappuccino zu trinken. Und daraufhin überlegt er sich, Moment, du hast doch Angst, du gehst doch gar nicht in Cafés. Ja doch, ich habe jetzt Lust drauf. Ja, ich habe es gemacht. Diese kleinen Wunder, die am nächsten Tag da sein können, die hat nicht jeder, es gibt auch einfach nur Patienten, die sagen, ja, die Welt wird wieder etwas bunter, es ist nicht mehr so grau wie vorher. Oder sie sagen, ich habe heute Nacht richtig gut geschlafen. Es sind also nicht immer wirklich so diese, dass alles weg ist, sondern es ist aber meist besser. Und das ist natürlich jetzt das Problem, wenn jemand merkt, wow, also gerade so die Leute, die sagen, bei mir ist auf einmal, es ist alles ganz anders. Und dann sagen die, ja super, ich brauche nichts mehr. Das ist der Trugschluss, weil es kommt wieder. es sei denn in den ganz seltenen Fällen, wo es wirklich gelingt, sozusagen diesen depressiven Teufelskreis zu durchbrechen und wo dann günstige Umweltbedingungen da sind, die dann dazu führen, dass der Patient diese paar Tage oder Wochen nutzen kann, um neue Verhaltensmuster einzuüben, um neue Beziehungserfahrungen zu machen. Und dann kann es natürlich auch sein, dass es wirklich eine anhaltende Wirkung bringt. Aber das sind Glücksfälle. Und normalerweise sage ich immer den Patienten, wir müssen wirklich ein bisschen was noch daran tun, damit das nicht wiederkommt. Weil Ketamin ist ein tolles Medikament, aber es ist keine Nachhaltigkeit im Regelfall. Nun gibt es natürlich Menschen, die kommen aus Regionen, da gibt es keine Psychotherapie. Und das ist dann sozusagen der suboptimale Weg. Okay, die kommen dann meinetwegen alle zwei Monate und lassen sich mal zwei Infusionen geben. Wobei es da durchaus teilweise einen gewissen Adaptationseffekt gibt, dass es dann auch irgendwann nicht mehr so stark wirkt. Die kommen dann also immer wieder über Monate. Also ich habe nämlich auch gelesen, dass bei Ihnen gibt es dann so ein Zwei-Wochen-Programm, oder? Wenn Sie sich jetzt mal diese ganzen Therapiemodule anschauen, wir haben durchschnittliche Behandlungszeiten, die liegen irgendwo zwischen zwei und drei Wochen. Das ist individuell unterschiedlich. Es gibt auch Patienten, die kommen nur eine Woche. Aber im Regelfall kommen jetzt unsere stationären oder tagesklinischen Patienten, kommen für 14 Tage. Innerhalb dieser Zeit bekommen die zwischen drei und sechs Ketamininfusionen. Sie bekommen jeden Tag zwei Stunden Psychotherapie. Das heißt, wir haben da etwa 20 Stunden Psychotherapie, 20 bis 25 Stunden Psychotherapie. Und Sie bekommen jeden Tag zweimal 20 Minuten Magnetstimulation im Regelfall. Das sind auch dann nochmal 20 Einheiten. Und 20 Einheiten braucht man, um auch dabei eine dauerhafte Wirkung zu erzielen. Und das heißt also, wir haben im stationären oder tagesklinischen Bereich haben wir 14 Tage. Und nach den 14 Tagen gehen die Patienten aber ziemlich stabil wieder nach Hause. Manche brauchen keine Weiterbehandlung. Aber was wir immer anbieten, ist halt eben auch eine Weiterbehandlung mit dem Therapeuten dann über Zoom. Und das wird von manchen Patienten auch gerne angenommen. Aber manche brauchen es auch nicht. Und es gibt natürlich auch gerade bei den schwerer kranken Leuten, also wir haben ja auch viele Menschen, die haben nicht nur eine Diagnose, sondern die haben eine Depression, die haben eine Angststörung. Und die haben zusätzlich ein Suchtproblem. Dann reicht das mit den 2-3 Wochen möglicherweise nicht. Und dann sagen wir aber jetzt nicht, wie andere Kliniker, da bleiben eben 6 Wochen. Weil ich will ja, dass die wieder in ihren Alltag reinkommen. Die sollen ja ihre Erfahrungen im Alltag leben und schauen, wie hilft mir das denn. Und dann kommen die gezielt nochmal wieder, nochmal für 14 Tage. Und dann schauen wir, okay, was hast du gelernt, was konntest du umsetzen und an welcher Stelle hängt es. Und dann kann man das Ganze nochmal machen. Also langfristige Änderungen kommen wahrscheinlich auch nur, wenn sich dauerhaft neue Verhaltensmuster in das Leben des Patientens integrieren. Das kann durchaus nach 14 Tagen passieren. Ich kenne das aus der psychedelischen Therapie, bei den Studien, die zum Beispiel im Imperial College passiert sind. Da haben sie gesagt, dass das, was wirklich geholfen hat, ist dann eine Community aufzubauen oder einfach Menschen aufzubauen, mit denen sie sich die nächsten Wochen, Monate, Jahre ständig über solche Themen auch unterhalten können. Weil ich glaube, das Problem ist, dass viele Menschen gar niemand haben, mit denen sie wirklich über tiefemotionale Themen sprechen können. Aber da werden natürlich die Menschen offener hinterher. Es gibt oft auch Veränderungen in Partnerschaften danach. Also wir geben eine Startbasis, damit was Neues entstehen kann. Ja, schön. Die unterschiedlichen Methoden, die dazu dann auch einspielen, wie eben die Verhaltenstherapie, dann diese RTMS, diese Magnet-Stimulation. Da würde mich jetzt mal noch so ein bisschen interessieren, was das ist. Also gerade diese Stimulation da, was ist denn das? Also, man nimmt ein Gerät, was ein sehr, sehr starkes Magnetfeld aufbauen kann, nämlich bis zu drei Tesla. Drei Tesla ist etwa das, was in einem MRT auch zur Anwendung kommt. MRT ist? Dieses Kernspin. Wenn man jemand so durch Magnetresonanz in Scheiben schneiden will, also optisch, um Krebs zu diagnostizieren oder sowas, das sind ja diese großen Röhren, die fürchterlich viel Krach machen, die sind immer klack, 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 und da fährt man dann durch und dann sieht man hinterher ohne Strahlenbelastung übrigens, weil nur Magnetfeld kann man sich dann hinterher sehr schön die Organe anschauen, weil durch das starke Magnetfeld kippen halt eben die Atome da drin und das macht dann ein Bild. Wenn Sie die gleiche Intensität auf einen bestimmten Teil des Gehirns richten, auf den dorsolateralen präfrontalen Kortex, dann zwingen Sie dort die Zellen sich zu entladen. Das ist ähnlich wie im Elektromotor, wenn im Prinzip durch ein Magnetfeld Strom entsteht und wenn Sie jetzt in dem Bereich, in dem die Neurone zu faul waren zu arbeiten, egal aus welchem Grund, wenn Sie die jetzt dazu zwingen zu arbeiten, dann bauen die Kraft auf. Das heißt also, die verbinden sich wieder mehr, die werden aktiver. Man kann auf der anderen Seite, das denkt an, mit welcher Frequenz sie da arbeiten, kann man genauso gut auch mit einer anderen Frequenz Zentren, die zu viel arbeiten, die zum Beispiel zu viel Gedanken kreisen machen, die kann man damit durch eine niedere Frequenz auch etwas beruhigen. Wie gesagt, das ist also jetzt kein Außenseiterverfahren, das ist voll mitten in der Wissenschaft, also FDA approved, für Depressionen und für Zwangsstörungen, in den deutschen S3-Leitlinien, nur es macht kaum einer, weil die Apparate sind teuer und es gibt in Deutschland dafür keine Abrechnungsziffer. Das heißt, wenn es keine Ziffer gibt, dann was heißt das? Also man kann bei Privatpatienten kann man das dann natürlich als sogenannte Analogleistung abrechnen, da sind wir so bei 80 bis 100 Euro pro Stimulationseinheit, aber muss man der Ehrlichkeit halber sagen, das ist so wie wenn Sie jetzt ins Sportstudio gehen und Sie machen Muskeltraining und Sie gehen da dreimal rein und machen dreimal Bizeps-Training, passiert gar nichts, Sie müssen häufiger hingehen und das heißt, man braucht bei Depressionen mindestens 20 Einheiten, bei Zwängen sogar mindestens 30, das heißt, wir sind da in der Größenordnung von 1800 bis 3000 Euro und das ist natürlich schon auch gut, die Privatversicherung zahlen sie üblicherweise, aber ansonsten haben natürlich viele Patienten damit auch ein Problem so viel zu bezahlen. Ja, das ist auch noch ein interessantes Thema mit Versicherungen und so, aber bevor wir da reingehen, will ich noch mal kurz auf diese Magnetstimulation reingehen, das heißt beispielsweise im präfunktalen Kortex werden dann Neurone angeregt oder ein bisschen beruhigt, ist es denn sicher? Ja, also das Verfahren gibt es im Prinzip seit 1980, es sind seitdem in der gesamten Literatur soweit ich weiß drei oder vier epileptische Anfälle aufgetreten, aber innerhalb von Jahrzehnten weltweit. Ansonsten, was passieren kann, man kann ein bisschen Kopfschmerzen kriegen und die kommen aber nicht vom Gehirn, weil das tut nicht weh, sonst würde viele Leute schreien durch die Gegend laufen immer, das kommt von den Kopfmuskeln, weil natürlich auch wenn man das Gehirn stimuliert, so ein bisschen Magnetfeld entsteht am Rande auch und da sind dann halt eben die Kopfmuskeln und die kriegen Muskelkater. Aber es ist harmlos, es ist ein leichter Kopfschmerz, der entstehen kann, ansonsten ist es sicher, man kann es zum Beispiel auch geben bei stillenden Frauen, wo also jetzt eigentlich keine Medikamente gegeben werden sollten und man kann es wahrscheinlich auch bei Schwangeren geben, weil das Magnetfeld wird ja im Quadrat immer weniger, das heißt also unten beim Kind kommt sehr wenig von dem an, was oben im Kopf ankommt. Das ist dann auch wie bei Ketamin, die Leute liegen irgendwo in Ruhe und haben dann so einen Helm auf oder sowas. Ja, die sind auf einem speziellen Sessel, damit der Kopf in der gleichen Position bleibt und dann muss natürlich durch ein spezielles Verfahren, das ist relativ aufwendig, muss man genau schauen, wo ist jetzt dieser Punkt, den wir stimulieren, man kann das ausmessen, dann findet man meistens den richtigen Punkt, aber nicht immer, man kann es aber auch machen, indem man zum Beispiel die Heart Rate Variability misst, also den Unterschied zwischen der Systolendauer des Herzens, weil das wird über den Vagus mit beeinflusst, also über einen Hirnnerven, der wiederum hängt mit diesem dorsolateralen präfrontalen Kortex zusammen, so dass wenn man die richtige Stelle getroffen hat, sieht man auf einmal einen Unterschied in der Systolendauer am Herzen und daraus kann man dann sagen, okay, jetzt sind wir an der richtigen Stelle, dieses Tool gibt es aber glaube ich erst seit letztem Jahr. Also das ist relativ neu, aber bis dahin hat man es halt eben einfach immer ausgemessen. Wie ist denn da eigentlich so der Prozess, das interessiert mich jetzt in Deutschland oder auch jetzt in Spanien, wie auch immer, wenn es Behandlungsmethoden gibt, neue Behandlungsmethoden oder einfach welche, die noch nicht so viel verwendet werden. Was ist dann die Schwierigkeit daran? Ist es dann wirklich so, dass der Patient am Anfang sowieso alles selber zahlen muss oder wie ist das? Also das ist, also auch bei Sachen, die wirklich evidenzbasiert sind, ja, wo es eine gute Studienlage gibt oder die sogar in den Leitlinien drin stehen, die Krankenkassen zahlen es erstmal nicht. Die Privatversicherungen sind dann meist kulanter, wenn es dazu eine deutliche Studienlage gibt. Besonders absurd ist das in den Niederlanden. Dort gibt es ja die Möglichkeit des assistierten Freitodes. Ja, da muss man halt eben, ich glaube, man braucht zwei Gutachter und die müssen bestätigen, dass man an einer nicht heilbaren Krankheit leidet und dann darf man sich ärztlich assistiert das Leben nehmen lassen. Wir hatten eine Patientin von dort mit einer schweren Depression, eine junge Frau, ich glaube Anfang 30, die war so schwer depressiv, dass sie halt eben wirklich auf dieser Liste stand, die hatte also die Berechtigung zum Suizid. Die hat bei uns eine Ketaminbehandlung gemacht, damit ging es ihr besser. Die wollte jetzt, dass die Krankenversicherung ihr das bezahlt. Nein, zahlen sie ja nicht, den Suizid zahlen sie, aber die Behandlung, obwohl sie gewirkt hat, zahlen sie nicht. Ja, woraufhin ich dann etwas böse zurückschrieb, dass halt eben das Barbitorat sicherlich auf Dauer dann günstiger ist, ja, weil man muss es nur einmal einsetzen, ja, aber das ist dann also wirklich absurd. Aber sie haben, auch in Deutschland, es ist schwierig, diese neueren Verfahren finanziert zu bekommen, aber ich muss sagen, die meisten Krankenkassen oder zumindest viele Krankenkassen sind bereit, bei therapieresistenten Depressionen inzwischen einen Teil der Behandlung zu bezahlen. Die zahlen dann nicht alles, aber sie zahlen zumindest mal einen Anteil. Jetzt muss man allerdings auch mal sagen, wir sind in Deutschland natürlich sehr verwöhnt. In Deutschland wird von der Krankenkasse ja eigentlich alles bezahlt. In anderen Ländern sieht das ja ganz anders aus. Also auch in Spanien ist vollkommen klar, wenn sie eine gute ärztliche Behandlung haben wollen, dann müssen sie, und die soll zeitnah erfolgen, nicht erst im halben Jahr, dann müssen sie dafür auch selbst was bezahlen. Und deshalb haben wir da mit den spanischen Patienten gar nicht so das Problem, dass es denen zu teuer ist oder auch in Südamerika. Also wir haben Patienten, die kommen von Südamerika zur Behandlung, die finden das vollkommen normal. Aber die Deutschen, nein, aber es müssen auch die Krankenkassen bezahlen. Ja, ich kenne das ganz gut. Ich bin ja hier auch gerade in Mexiko. Ich war jetzt hier auch dem Letzten beim Arzt und das ist halt so ganz locker. Du hast halt deine Behandlung und dann gibt er dir eine Rechnung mit und dann zahlst du das halt. So funktioniert das. Eigentlich, also ich weiß nicht, eigentlich finde ich das auch ganz gut ein bisschen. Weil dann zahle ich auch wirklich nur das, was ich eben verursache. Aber das heißt jetzt, die Ketaminbehandlung bei Ihnen wird üblicherweise nicht übernommen oder wie ist das da? Die Privatversicherungen zahlen es üblicherweise, ja, je nachdem, welche Tarife sie haben und bei welcher Versicherung, die gesetzlichen Krankenkassen nur auf Antrag. Das heißt also, die Patienten müssen einen Antrag stellen auf, ja, als Einzelfallentscheidung und dann wird das oft bezuschusst. Aber die zahlen dann auch nicht alles. Wir haben bei uns so, an der Klinik auf Mallorca haben wir so die Maxime, egal wie intensiv die Behandlung wird, egal was wir mit dem alles machen müssen, es kostet niemals mehr als 3000 Euro pro Woche. Ja, und wir liegen im Regelfall drunter, aber es gibt durchaus auch manche Patienten, die würden, wenn die ganz viel Stimulationsbehandlung oder auch Neurofeedback zusätzlich brauchen und vielleicht sogar jeden Tag eine Ketaminbehandlung oder sogar eine Dauerinfusion, dann liegen die vielleicht auch bei 4.000 oder 5.000 Euro die Woche. Aber das muss keiner zahlen. Also wir machen Deckel drauf, bei 3.000 Euro, das ist für die Patienten kalkulierbar und sicherlich ist das etwas, was für arme Menschen nicht realisierbar ist, aber ich kenne genügend Menschen, die zahlen auch für den Maledivenurlaub das Gleiche. Ja, und dann ist vielleicht die Ketaminbehandlung nachhaltiger. Um das jetzt auch dann mal in den deutschen Markt mehr reinzubringen, was muss da passieren? Was glauben Sie? Wie können wir, also das muss natürlich erstmal erfolgreich sein und ich nehme an, das ist es, aber was muss jetzt noch passieren? Also was muss passieren? Es müssen, im Prinzip geht es darum, jetzt erstmal das Verfahren überhaupt bekannter zu machen, da bin ich dran. Ja, ich habe ja ganz nebenbei auch noch eine Lehrtätigkeit und ich habe im Durchschnitt so jede Woche 1 bis 2 Seminare, wo es auch um Depressionsbehandlung geht und das sind so etwa 40 Ärzte und wenn ich dann frage, wer kennt denn das? Wenn es hochkommt, einer. Das heißt, es muss bekannter werden, das ist das eine. Man muss den Kollegen auch die Angst nehmen. Normalerweise, man muss nicht, sind sicher, ist die Psychiater böse auf mich, aber man muss kein Psychiater sein, um Ketamin anwenden zu können. Eine Depression kann auch vom Hausarzt erkannt werden und wenn der Hausarzt ein bisschen was von Notfallmedizin versteht, so für den alleräußersten Notfall und eine geeignete Praxis hat, dann kann das auch der Hausarzt machen. Und auch in den USA ist, soweit ich das weiß, die Voraussetzung für eine Ketaminbehandlung, es muss ein Arzt machen, also es darf kein Paramedic machen, es muss ein Arzt machen und der muss Notfallmedizinische Kenntnisse haben. Und das würde ich auch so unterschreiben, aber da kämen ganz viele in Frage, die das machen können. Aber, hier sind wir wieder dabei, sie sollen ja nicht nur Ketamin machen, sondern die müssen sich vernetzen. Es braucht ein Netzwerk mit Psychotherapeuten, die bereit sind, mit denen zu arbeiten. Und zwar nicht nur einmal alle 14 Tage, sondern mehrmals pro Woche, damit man die Zeit, in der das Gehirn offener wird für neue Erfahrungen, damit man diese Zeit nutzen kann. Und das heißt, wir brauchen Psychotherapeuten, die da mitmachen und wir brauchen nach Möglichkeit auch Ärzte, die bereit sind, sich ein Magnetschimulationsgerät hinzustellen. Gut, das kostet dann vielleicht irgendwie zwischen 40.000 und 80.000 Euro, aber es ist es wert. Und wenn man es dann halt eben abrechnet, auch wenn es dann nur mit den Privatpatienten abrechenbar ist, die Leasingkosten spielen sich im Prinzip, wenn sie zwei Patienten haben jeden Monat, die sie damit behandeln, kommen die Leasingkosten schon rein. Ich denke, die Menschen müssen eben einfach oder die Ärzte müssen halt überzeugt sein, dass es effektiv ist. Das heißt, was tun sie dafür? Machen sie irgendwelche, ich kenne mich leider nicht aus, wie das im Ärzte, in der Ärztebranche ist, machen sie dann irgendwelche wissenschaftlichen Papers, in denen sie über die Erfolge schreiben? Also wir machen erst mal, ich mache ja viele Fortbildungen und dabei wird das Ganze entsprechend immer auch dargestellt. Wir bieten auch speziell, aber dazu braucht es ja schon mal speziell interessierte Ärzte und Psychotherapeuten, gerade wenn es um die Integration von Hypnose und Ketamin geht, biete ich mit Frau Adler zusammen und mit Professor Rebensdorf, bieten wir dann auch spezielle Module an, wo genau das nochmal gezeigt wird. Wie kann man das miteinander kombinieren? Wir haben Studien laufen, wir haben auch Veröffentlichungen gemacht dazu schon, aber es ist, glaube ich, ein längerer Prozess. Es kann durchaus sein, also momentan gibt es in dem Bereich auch Psychotherapie, sei es jetzt psychodelische Therapie oder auch Psychotherapie unterstützt mit Ketamin oder anderen Substanzen, gibt es durchaus Investoren, die interessiert sind und es kann deshalb auch sein, dass es da vielleicht sogar irgendwann wie in den USA auch in Deutschland entsprechende Kliniken gibt, wo ich halt dabei bin, zu überzeugen, dass man da wirklich nicht nur an der Substanz arbeitet, sondern dass man da wirklich Verfahren kombiniert und da kann es sein, mit etwas Glück, dass sich in diesem Jahr dann noch was tut. Okay, jetzt mal ganz ehrlich, wie ist denn jetzt so, wie ist denn jetzt gerade so die Sicht oder Ihre Sicht auf, was wird in den nächsten Jahren passieren? Also was ich nur beobachten kann, ist, das Interesse wird größer, also ich bekomme Anfragen von Ihnen, aber auch nicht nur von Ihnen, ja, und Frau Adler, die bei uns im Team ist, hat gestern gerade irgendwie einen Podcast gehabt, einen längeren, es kommen Anfragen aus der Presse, es kommen aber auch Anfragen von Investoren, die sich dafür interessieren und ich habe das Interesse jetzt noch nie so hoch gesehen, wie aktuell, auch in den wissenschaftlichen Publikationen tauchen immer mehr Publikationen auf, in jüngster Zeit jetzt auch einige wenige Publikationen zur Kombination von Ketamin mit anderen Therapiemethoden, mit Psychotherapie und mit RTMS, also mit Magnetstimulation, also ich glaube, das Ganze nimmt an Fahrt auf, aber wie lange das jetzt braucht, um genügend Fahrt zu haben, wie sich das dann umsetzt, ob da vielleicht auch wieder ein Bremser kommt, der sich dem entgegenstellt, ja, gibt es ja sicherlich genügend Lobbygruppen, die kein Interesse haben, von daher geht, also da eine seriöse Prognose abgeben, kann ich nicht. Ich bin da eigentlich auch ganz zuversichtlich, ich glaube, was eben passiert ist, dass wir sind in der, ja, psychedelischen Renaissance, wird es ja so ein bisschen genannt und Ketamin ist auch, irgendwie spielt er halt auch irgendwie so ein bisschen rein und deswegen bekommt das natürlich auch einiges davon ab und hat eben den großen Vorteil, dass es einfach legal anwendbar jetzt schon ist, deswegen habe ich da eigentlich, bin ich da eigentlich recht zuversichtlich. Ja, ich denke, da sind wir jetzt am Ende angekommen, Herr Scheib. Okay. Wollen Sie noch etwas sagen zum Schluss? Nein, also ich freue mich über das Interesse, ja, und ich finde es als Arzt immer ganz schwierig, wenn Menschen, nur weil sie nicht über entsprechende Mittel verfügen, von Behandlungen ausgeschlossen werden und da kann ich auch nur sagen, wir versuchen immer, wir können natürlich nicht alle Leute gratis behandeln, das geht nicht, ich habe wirklich hochqualifiziertes Personal, die wollen natürlich auch ihr Geld haben, was wir natürlich auch immer machen, wir nehmen immer einen kleinen Anteil auch von sozial schwachen Menschen, die kein Geld bezahlen können und denen bieten wir auch eine Gratisbehandlung an, unter der Voraussetzung, dass sie sich zur Verfügung stellen für Studienzwecke, das heißt also, dass wir zum Beispiel das Ganze auf Video aufnehmen dürfen, dass wir das dann für Schulungszwecke auch verwenden können, dass wir das Material dann für wissenschaftliche Arbeiten verwenden können, das soll jetzt also bitte nicht irgendwie einen großen Ansturm auf uns geben, weil wir haben da schon Kandidaten, die sich immer wieder anfragen und wir können mal, wenn ich mal so größenordnungmäßig fünf bis zehn Prozent unserer Energie können wir da reinstecken, aber auch nicht mehr und ansonsten kämpfen sie mit ihrer Krankenkasse, weil wenn eine bisherige Behandlung nicht funktioniert, dann können sie darauf dringen, dass ein Heilversuch gemacht wird und für den Heilversuch gibt es ja wirklich genügend Studien, die sie vorlegen können dabei, sicherlich der Sachbearbeiter bei der Krankenkasse sagt immer nein, aber der Abteilungsleiter sieht es dann möglicherweise mit anderen Augen, deshalb ist es natürlich gerade für depressive Patienten schwierig, die haben ja sowieso schon Schwierigkeiten auf Menschen zuzugehen oder auch bei Angstpatienten, aber vielleicht haben sie einen Angehörigen oder sie kennen irgendeinen Freund, der da engagiert ist und versuchen sich's durchzusetzen, also ich glaube, allein dadurch, dass man die Krankenkassen mit solchen Anträgen immer wieder nervt, geschieht was und wenn dann ein Antrag durchgegangen ist, hat man schon wieder einen Präzedenzfall für den Nächsten. Ja, aber dann ist Ihre Praxis irgendwann voll. Ja, also wir erweitern ja auch ständig, ja, also das ist im Moment, ich muss sagen, wir haben ja das mit Deutschland überhaupt nur gemacht, weil aufgrund des Corona-Lockdowns die Patienten Schwierigkeiten hatten, nach Mallorca zu kommen und deshalb habe ich beschlossen, okay, dann mache ich noch zwei Praxen in Deutschland auf und die rennen uns die Tür ein, ja, und wir werden sicherlich noch zusätzliche Zentren machen und wir werden die bestehenden Praxen auch noch erweitern, wobei eigenes Anliegen, ich weiß nicht, ob es in den Rahmen reinpasst, ich suche dringend noch einen Arzt für München, ja, also da ist doch eine Stelle frei. Meldet sich bestimmt jemand, das sage ich Ihnen jetzt schon. Okay. Also, meldet euch beim Herr Scheib, wenn ihr Arzt seid und gerne mit Ketamin therapieren wollt. Ja, cool. Ja, Herr Scheib, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. War sehr, sehr interessant, ich bin auch sehr gespannt, was das jetzt auslösen wird, weil ich glaube, da wird einiges an interessantes Feedback reinkommen. Wo können denn die Menschen, die mehr über ihre Arbeit wissen wollen, wo können sie denn hingehen? Ja, die können mich anschreiben gerne und per E-Mail, also drscheib at psychosomatik.com also dr.scheib at psychosomatik.com und je nachdem, wie viele mir jetzt schreiben, ich habe jetzt keinen Überblick, es kann dann auch sein, dass es ein paar Tage dauert, bis ich antworte, aber wenn es eine seriöse Anfrage ist, bekommen sie entweder von mir oder von einem meiner Mitarbeiter irgendwie eine Antwort. Super, alles klar, dann würde ich jetzt an dieser Stelle den Cut setzen und tschüss. Jo, tschüss! Untertitelung des ZDF,